Ja, liebe YouTube-Freunde, es läuft aber im Bauerhaus am 23. Dezember. Ja, ich muss da meinen Elektrozaun demontieren. Hier war Weide vom September bis Mitte Oktober, habe ich da meine Callaway-Kühe geweidet. Jetzt muss der Zaun weg. Das ist eine extensive Wiese und die wird gehäut mit Datum ab 15. Juni, erster Schnitt. Bis 15. Juni geht da nichts mehr, gibt auch keinen Dünger auf die extensive Wiese. Aber man hat die Möglichkeit, im Herbst ab September noch zu weiden. Und das ist da direkt neben meinem Hof. Und es ist immer praktischer, kann ich da die Kühe noch fast einen Monat weiden lassen. Draht lösen, nachher zusammen rollen. Und jetzt heisst es dann Kurbon. So, 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 so. So, 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 so. Und die Tür damit. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Na, na. Na, na. Ähm, hm, hm. Kannst du hören, oder? Ja, ja, ja. Da schauen wir mal bei einem zweiten Pferd. Ganz als liebste. Ja, 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 ja. Ganz als lieber, lieber. Lieber, lieber. Interessant, eh? Ja, interessant. Plötzlich beißt sie mir ins Ohr. So, jetzt müssen da noch die Plastikposten eingesammelt werden. Jawohl, muss auch sein. Ich probiere da mal ein spezielles Transportsystem aus. Ich lasse den Samen alleine ans untere Ende fahren und hoffe dann, dass ich auch dort bin mit den Pfosten. So, da fährt er mein Samen, den Führer los. Jetzt schnell einsammeln. Ja, ich habe da die Geschwindigkeit falsch eingesetzt. Ich bin unten und der Traktor erst in der Mitte. Jetzt sieht das eine Bahn der Samen. Wollen wir mal den Kurs ändern. Und ein O-Timer unterwegs. He, he, he. Ja, und dann muss da mal schnell die Kasse des Blumenfelds nach Hause. Da gibt es jetzt gar nichts mehr zu kaufen. Ich bin unten. Ja, das wäre toll. Ich bin unten. Ja, du hast mir gut. Und das ist mir nicht so schön. Nee.